Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen aus Soligen von der UConn Underwater Spring Edition. Wir haben blendendes Wetter, viele hundert Cosplayer sind hier und heute werden wir ein paar Interviews führen. Hallo, kommt gleich zu mir. So, und hier haben wir, glaube ich, schon die ersten tapferen Mitveranstalter, Helfer. Wir sind das Küchenteam, also wir kochen. Erstmal den Namen, der Name. Eileen. Ihr seid heute das Küchenteam und ihr macht heute was? Wir machen zum Beispiel Nudelsuppen oder Sandwiches oder was gibt's noch? Wir haben Muffins noch, Donuts haben wir, wir machen viele Getränke. Also nicht nur Cosplayer, sondern auch Essen. Und ihr esst fleißig selber? Ja, auf jeden Fall. Alles klar, ich komme nachher bei euch vorbei. Ich bedanke mich, ich bedanke mich fürs Essen machen und wir sehen uns nachher. Macht's gut. Enough. So, da hatten wir auch schon die ersten Leute hier parat, aber das ist nicht das einzige Interview, was ich führen werde. Wir werden uns nachher noch jemanden verantwortlichen hier packen, falls Beschwerden aufkommen. Wir werden definitiv noch einige Cosplayer interviewen. Wir werden die Top Ten der Cosplayer von heute machen und am Ende gibt's natürlich noch ein Gewinnspiel. Viel Spaß beim Zusehen. Anfangen werden wir heute allerdings beim Bühnenprogramm der Yukon. Das ist nämlich echt nicht zu unterschätzen und bietet von Hypnose über Cosplayer-Hochzeit bis hin zu Poikoreo wirklich alles. Das ist nämlich echt nicht zu unterschätzen und bietet von Hypnose über Cosplayer-Hochzeit bis hin zu Poikoreo-Hochzeit 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 bis hin zu Poikoreo. Das ist mir heute nicht egal. Auch Gamer kommen hier auf ihre Kosten. Neben dem Games Room, in dem der Smash Brothers Meister gekürt wird, gibt es auch viele Zeichner und Schmuck- sowie Prop-Designer, die es echt zu erkunden lohnt. Ganz Deutschland fragt dich, was macht ihr da? Ganz klar, sie reden über unsere Top Ten der Yukon-Cosplays. Hier die Kandidaten. Wir sind... Ich bin Kim. Ich bin Jan. Ich bin Malte. Und wir sind die Smash-Zailor-Gruppe. Ich bin Sailor. Link. Gabaldorf natürlich. Ich bin Chidos aus Final Fantasy X. Ich heiße Sarah und ich cosplaye Mao-Sama von Mao Yusha. Und ja, Cosplay ist fast selber gemacht. Also der Umhang. Hörner sind leider kaputt gegangen auf den Weg hierhin, aber naja. Schreibt einfach die Nummer eures Favoriten unten in die Kommentare. Ach, Videos direkt. So ihr Lieben, das war's von der Yukon hier aus Solingen. Wir haben ja hier eine herrliche Zeit gehabt, haben viele Interviews geführt. Okay, Selfie haben wir jetzt mal weggelassen, die Selfie-Camp. Ich habe leider auch nicht alle von den Kartengewinnern getroffen, immerhin ein. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. Wir sehen uns bei der nächsten Convention. Vergesst aber nicht, ich habe was für euch. Und zwar verlosen wir unter allen Zuschauern diese beiden herrlichen grünen Säcke. Ich verlose Säcke. Neon-grüne Säcke. Was jetzt? Komm mal her, komm mal her. Wir bräuchten noch eine Gewinnspielfrage. Dann stell doch einfach mal für unsere Zuschauer eine Gewinnspielfrage, womit man die gewinnen kann. Hm, lass mich mal kurz überlegen. Okay, liebe Leute, um teilzunehmen, schreibt jetzt bitte einfach unten in die Kommentare, was ist die dritte Digitation von Argumon? Wir losen unter allen richtigen Antworten aus. Und der Gewinner erhält die, er erhaltet nämlich die Antwort in genau von heute an einer Woche direkt hier auf YouTube. Also checkt es nächste Woche. Checkt es, das ist auch geil, ne? Checkt es. Guckt nächste Woche einfach nochmal rein. Da habt ihr dann wahrscheinlich die Antwort, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns auf der nächsten Con. Macht's gut. Wir sehen uns auf der nächsten Con. Bis zum nächsten Mal.